Andreas Kielinger hat mit jemandem an der Tankstelle getanzt? Oder wenn ich jemanden an der Tankstelle halte, um auf Toilette zu gehen und da tanzt jemand, dann ist der meistens obdachlos oder schwer drogenabhängig. Also, vorher nochmal der Disclaimer für mich und für euch. Wir werden hier auf diesem Kanal Seven vs. Wilde nicht verfolgen. Also, wir gucken uns das nicht an. Das hat den Grund, dass die Kandidatenauswahl erneut sich mit einem Kandidaten beschäftigt hat, der keine Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang verdient hätte. Und das habe ich auch thematisiert zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Und ich möchte das hier nochmal klarstellen, nur für den Fall, dass sich daraus jetzt ergibt, hey, guckst du jetzt doch oder so? Nein, werde ich nicht. Diese übergriffige Situation, davon unabhängig, finde ich ziemlich crazy. Und ich habe ja auch im Rande ein bisschen was mitbekommen. Wir haben das Alpha-Kevin-Video dazu gesehen. Und jetzt schauen wir mal, was genau im Einzelnen davor gesehen ist. Also, nur für den Fall, das würde ich sagen, es ist auch kein Boykott von Seven vs. Wilde. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf, wenn er es guckt. Ich für mich habe entschieden, das dieses Jahr nicht zu gucken. Ich habe das auch erklärt, wie so, ich will es jetzt nicht nochmal aufkochen. Guckt es gerne, macht es gerne, Kuss an euch und ich bin da raus. In meinem Stream wird es das nicht geben. Ich gucke mir jetzt nur an, was es da für ein Szenario gab, bevor das überhaupt existiert hat. Und das scheint ja wohl mit ganz anderen Dingen zu tun zu haben, als die eigentliche Thematik, über die wir damals gesprochen haben. Darum schauen wir mal, was da jetzt passiert ist. Das ist ein 42-Minuten-Video von Fritz Theon, Alter. Ich habe mich mit Absicht dazu entschieden, das jetzt hier im Livestream zu machen. Das ist ja kein vorbereitetes Statement über irgendwelche Anwälte, keine Ahnung, was kommt. Das ist kein aufgezeichnetes Video, sondern das ist gerade ein Moment, in dem ich gesagt habe, pass auf, ich werde jetzt live gehen und ich werde das so sagen, wie es ist. Ihr könnt Rückfragen stellen, wenn ich mich irgendwie versprechen sollte, ist das mit drin. Das ist mir völlig egal. Ich habe die Situation auch nicht rechtlich abklären lassen, weil auch das mir völlig egal ist. Mutig. Weil irgendwann ist auch mal Feierabend. Der Grund, warum ich mutig sage, ist, weil wir ja zuletzt eine Situation hatten, wo Rammstein alles und seine Mutter verklagt hat zu dieser Sache mit den Vorwürfen. Und deswegen, das ist schon relevant. Und es geht ja hier irgendwie von Übergriffigkeiten. Das scheint schon sehr relevant zu sein. Kleinen Moment, ich muss hier vorne noch ein Licht aufmachen. Wie fangen wir überhaupt an mit der ganzen Thematik? Worum geht es? Es geht um Seven vs. White, es geht um die dritte Staffel, es geht um den Vorfall mit Andreas Kieling und Ann-Kathrin, also Affe auf Bike. Oder kurz haben wir jetzt einfach nur Affe genannt. Und warum es zum Ausschluss von Andreas Kieling kam. Erstmal, ich habe es heute auch bei Instagram bei mir gesagt, habe ich gesagt, ich mache bis zu dem Zeitpunkt kein Statement zu der Geschichte. Solange sich nicht einer der Betroffenen geäußert hat. Ja, das ist mein Projekt, mit meinem Projekt. Ich bin natürlich bei weitem nicht alleine verantwortlich dafür. Aber ich würde es blöd finden, wenn ich einfach irgendwas raushaue. Aber die beiden Beteiligten das vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit klären wollen oder so. Aber es ist jetzt passiert, Affe hat sich auch nochmal bei mir gemeldet und hat mir auch da was geschickt, dass sich der Anwalt vom Herrn Kieling öffentlich dazu geäußert hat mit Zitaten. Und als ich diese Zitate gelesen habe, ist mir schlecht geworden. Okay, wo hat er sich geäußert? Das sagt er bestimmt gleich. Sag ich euch ganz ehrlich. Und ich möchte diese Zitate euch jetzt auch vorlesen und dann werde ich euch meine komplette, meinen kompletten Erlebnisse schildern. Wichtig, und das habe ich auch der Orga als... In der Bild-Zeitung? Aber um diesen Fall ging, wo wir darüber gesprochen haben, von Anfang an gesagt, egal... Ach komm, hat er nicht. Was wir machen, egal wie die Entscheidung ist, egal wie irgendein Statement von irgendeinem ist, bleibt bitte zu 100% bei der Wahrheit. Versucht nicht irgendwie eine Geschichte zu erfinden, um irgendwen zu schützen oder so ein Quatsch. Wenn wir es öffentlich sagen, dann sagen wir die Wahrheit. Wenn die Betroffenen darüber nicht öffentlich sprechen wollen, ist das deren Entscheidung und auch für mich völlig okay. Jetzt kam es dazu, dass öffentlich darüber gesprochen worden ist. Und dann finde ich, haben wir das auch das Recht, auch darüber öffentlich zu sprechen. Ich habe mit Ann-Kathrin, mit Affe auch gerade kurz geschrieben. Sie weiß auch, dass ich jetzt öffentlich was dazu sagen werde. Und ich nehme mir quasi eventuell auch ein bisschen, weiß nicht, vielleicht das Statement ab. Ich sage, ganz wichtig, ich trete hier nicht für Andreas Kieling auf. Ich trete hier auch nicht für Affe auf, für Ann-Kathrin. Sondern ich trete für mich, für Seven World's Wild auf und das, was ich erlebt und gesehen habe. Okay? Und ich möchte als allererstes einfach mal die Zitate... Vorlesen, die es jetzt öffentlich gibt. Und da kurz mal meine Meinung zu sagen. Also ist das jetzt hier ein offizielles Seven World's Wild Statement zusätzlich? Weil die haben ja wohl dieses Instagram-Ding gemacht. Das haben wir ja bei Alpha Kevin schon gesehen. Und das ist jetzt hier... Und euch auch mal ein bisschen sensibilisieren für gewisse Dinge. Weil viele von euch lesen etwas, nehmen das wahr, aber denken nicht im Kern mal drüber nach. Also... Es gibt ein Zitat, das ich jetzt eins zu eins so vorlesen werde, von dem Anwalt von Andreas Kieling. Wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergrifflichkeiten meines Mandanten gegeben. Die vagen Vorwürfe und Andeutungen, die Anlass zu vielfältigen Spekulationen geben, sind unzutreffend. Jetzt möchte ich mal... Das ist in einer großen Medienanstalt öffentlich quasi in einem Interview gesagt worden. Und damit ihr das nur mal von der Logik versteht. Diese Aussage ist quasi von einer Zeitung veröffentlicht worden. Diese Zeitung gibt das nur so weiter, wie sie es erfahren hat. Zumindest beim Zitat. Das heißt, dieses Zitat ist bezogen auf den Anwalt und auf Andreas Kieling. Dieser Anwalt war nicht mit dabei. Er kennt weder die Leute, noch die Situation, noch war er vor Ort. Das heißt, er vertritt einfach nur gegen eine Bezahlung, weil das sein Job ist, die Interessen von Herrn Kieling. Ja, stimme ich zu. Der macht das, was für seinen Mandanten am besten ist. Das sollte jeder wissen, oder? Wenn du einen Anwalt hast, der dich vertritt, dann vertritt er das im besten Interesse seines Mandanten. Dafür wird er bezahlt. Das ist seine Aufgabe. Da geht es nicht um Wahrheit. Da geht es nicht um die tatsächliche Sache, sondern geht es einfach darum, was ist das Beste für den Mandanten. Ja, stimme zu. Das heißt, wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorführ gegen meinen Mandanten zurück. Könnt ihr machen, aber im Endeffekt hat der Anwalt da gar keine Ahnung, weil er gar nicht mit dabei war. Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergriffigkeit meines Mandanten gegeben. Im Endeffekt übernimmt der Anwalt gerade einfach nur die Stimme von Andreas Kieling. So, Andreas Kieling war in der Situation vorbei, lässt jetzt seinen Anwalt für ihn sprechen, aber der Anwalt war nicht da, hat gar keine Ahnung. So, der versucht da einfach nur quasi irgendwie das Feuer zu löschen, aber ich sage es ganz ehrlich, das war eine dumme Idee. Oh, oder gut, dass ich mir gerade meine Käsesoße und meine Nachos hier reingestellt habe, die werde ich mir aber gleich verköstlich reinsnacken. Das sieht mir nicht aus wie übelst ist. Das wird jetzt übelst krass. Aber gut, wenn er quasi damit an die Öffentlichkeit geht, dann fangen wir jetzt auch an. Oh, ist das so ein Popcorn-Moment jetzt? War das der Bruder von Andreas Kieling, Mandreas Mieling? Die wagen Vorwürfe und Andeutungen, die Anlass zu vielfältigen Spekulationen geben, sind unzutreffend. Was irgendwelche vielfältigen Spekulationen angeht, bin ich ganz dabei. Die sind wahrscheinlich unzutreffend, weil die Leute sich die ganze Zeit irgendwas ausdenken, was mit der Realität nichts zu tun hat, Spekulationen, wie das. Die einzigen Leute, die wissen, wie die 100%ige Wahrheit ist, das sind die Leute, die vor Ort dabei waren, die Sachen gesehen und Sachen gehört haben. Bum, 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 ist weiter geschrieben. Ähm, so, nächstes Zitat vom Anwalt. Mein Mandant hat während eines Busstops auf dem Weg zu den Dreharbeiten Im Gastro-Bereich einer Tankstelle im Großraum Vancouver, wie einige andere Tanzpaare auch Ich darf jetzt nicht emotional werden. Warte mal, Tanzpaare? Mit Ann-Kathrin Benediksen getanzt. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von ca. 10 Personen, die auch zur Produktion gehörten. Andreas Kielinger hat mit jemandem an einer Tankstelle getanzt? Oder wenn ich jemanden an einer Tankstelle halte, um auf Toilette zu gehen und da tanzt jemand, dann ist der meistens obdachlos oder schwer drogenabhängig. Beobachtet. What? Also, what? Ich werde, ich gehe ganz kurz auf die Zitate ein und werde dann nochmal die komplette Situation schildern. Und ich sage euch schon mal eins, es geht nicht um eine Situation, sondern es geht um sehr, sehr viele Situationen. Und ich glaube, dass der Herr Kieling überhaupt nicht realisiert hat, worum es eigentlich geht. Also, erst mal, ich habe es einmal vorgelesen, wir gehen jetzt mal aufs Detail drauf. Mein Mandant hat während eines Busstops auf dem Weg zu den Dreharbeiten im Gastro-Bereich, Gastro-Bereich, also der Bus stand quasi an der Seite, an einer Tankstelle, wo man einfach kurz Pause macht, ne? Gastro-Bereich, egal. Wirklich an der Tankstelle? An der Tankstelle im Großraum Vancouver, ja, das stimmt. Wie einige andere Tanzpaare auch. Tanzpaare an der Tankstelle? Das ist eine faktische Lüge. Es gab keine anderen Tanzpaare. Aber da kann ich gerne nochmal genau detailliert erklären, wer, wann, mit wem, warum, wie getanzt hat. Vielleicht hat er das anders gesehen. Vielleicht hat er nicht gesagt, vielleicht steht ja auch alles in Englisch da. Hat er sich übersetzt, hat er sogar in Google Translator eingegeben. Und dann stand da nicht Tankstelle, ist nicht Tankstelle rausgekommen, sondern Tanzstelle. Und er so, okay, ich bin Andreas Kieling, das ist jetzt die Tanzstelle. What? Vielleicht meint er auch Tankpaare? What the fuck is happening? Ich möchte auch schon mal sagen, diese Tanzsituation ist eine Situation von vielen. Mit Ann-Kathrin Benediksen getanzt. Ja, die beiden haben zusammen getanzt. Ja, einem vernehme ich die anderen Situation nicht. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Ja, gehe ich mit. Ja, die Stimmung war ausgelassen. Was heißt ausgelassen? War die Stimmung was? Wie definiert man ausgelassen? Kann ich so nicht sagen. Würde ich mich erstmal rausnehmen, das Wort, weil ich nicht weiß, was genau mit ausgelassen gemeint ist. Wir standen da, ich sag mal ganz kurz gesagt, wir standen da und haben eine Pause gemacht. Das war's. An der Tankstelle, okay. Da war keine Partystimmung, da war keine krasse, wir sind alle angespannt Stimmung, wir waren lediglich von Punkt A nach Punkt B, haben mit dem Bus eine Pause gemacht, Leute haben sich was zu essen geholt, was zu trinken, haben draußen eine geraucht, das war die Situation. Da war keine Partystimmung, das war tagsüber, ganz normal. Das Geschehen auf der Tanzfläche, Tanzfläche existiert doch nicht, wir sind immer noch auf einem Rastplatz, einfach an einer Tankstelle. Imagine, Andreas Killing sagt das seinem Anwalt, der sagt zu seinem Anwalt, also, Herr Schmidt. Gucken Sie, wir fahren nach vor, mit unserem Bus. Man könnte ihn einen Tanzbus nennen, an einer Tanzstelle. Und dann steigen wir da aus und da war offensichtlich ein Tanzbereich vor den Zapfsäulen. Und ich, Andreas Killing, habe dann natürlich angefangen zu tanzen, weil mein Google Translator hat mir gesagt, das ist eine Tanzstelle und wir kommen aus dem Partybus. Und der Anwalt schreibt das legit auf, der steht dann da. Okay, Tanzstelle, ausgelassen, Situation. Und er schreibt eigentlich nur daneben, 300 Euro die Stunde. Wurde von circa 10 Personen, die auch zur Produktion gehörten, beobachtet. Ja, es waren weitaus mehr als 10 Personen, weil wir waren ja allein schon 14 Teilnehmer plus nochmal irgendwie den Busfahrer und so weiter. Es waren deutlich mehr als 10 Personen. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich nicht jeder das Geschehen komplett zu jeder Sekunde im Blick hatte. Aber ich kann euch sagen, wer zu jeder Sekunde das Geschehen im Blick hatte. Und das war ich. Weil ich nämlich ein Millimeter daneben stand. Aber deswegen werde ich auch gleich was dazu sagen. Es gab auch andere Leute, die sich woanders unterhalten haben, die das vielleicht nur im Augenwinkel mitbekommen haben. Aber ich habe alles komplett zu 100% mitbekommen. So. Das letzte Zitat, wir gehen rein. Andreas Killing zeigt sich von den Vorwürfen überrascht. Das glaube ich sehr, dass er sich überrascht davon fühlt. Weil ich glaube, dass der Killing in einer ganz, ganz anderen Welt unterwegs ist. Aufgrund ihrer Unbestimmtheit und der Stellungnahme von Anne-Kathrin Wendigsen, die das Thema für sich abgehakt hat, sieht auch er das Thema als erledigt dann. Es wäre cleverer gewesen, dieses Thema, wenn er es denn gewollt hätte, für sich abgehakt zu sehen. Wenn er damit jetzt aber an die Öffentlichkeit geht und das mit einem Anwalt, muss er natürlich auch damit rechnen, dass dann gewisse Leute da auch eine Stellung zu beziehen. Und das werde ich in diesem Sinne tun. Killing fokussiert sich derzeit auf seine anstehenden Shows. Da wünsche ich ihm viel Erfolg. Vorträge und neuen Projekte. Da wünsche ich ihm auch sehr viel Spaß bei seinen neuen Vorträgen und bei seinen Projekten. Dem Projekt Zermusweit wünscht er dennoch viel Erfolg und alles Gute. Ja, das ist nochmal sehr nett formuliert. So, damit sind wir jetzt erstmal auf die Zitate eingegangen. Ich trinke erstmal einen kurzen Schluck. Ich versuche mich hier wirklich sachlich, neutral in der Mitte aufzuhalten und das Ganze einfach nur zu beschreiben, wie es war, wie es auf mich gewirkt hat, wie es auf anderen gewirkt hat. Also, ich möchte kurz vorher, bevor wir in die Situation reingehen, etwas generell zur Teilnehmerauswahl sagen und auch zu Andreas Killing. Up of Bike kannte ich vorher nur durch TikTok und Videos und so weiter. Hat sich per Wildcard beworben. Wir haben uns vorher nie gesehen. Und genauso habe ich den Herrn Killing vorher auch nicht gesehen. Ich kannte seine Interviews, die ich sehr, sehr spannend und interessant fand. Das Einzige, was ich von Herrn Killing weiß, ist, dass er von einem Bären angegriffen wurde. Und dann gefragt wurde, warum wurde er von einem Bären angegriffen? Vorträge, alles, was man halt so im Internet gefunden hat, das, was er erlebt hat, die Geschichte mit den Bären und so weiter. Alles super interessant. Und sobald Herr Killing über Tiere und der Verhalten spricht, hört man da einfach richtig, richtig gerne zu. Es ist jemand, der sich gut artikulieren kann, der spannende Geschichten erzählen kann, wo man einfach so ein bisschen an den Lippen klebt, im Sinne von, dass man gerne diesen Menschen zuhört. Also, ich möchte damit auch sagen, dass ich an sich vorher quasi auch nur diese Person von Andreas Killing kannte. Und ich denke, die wird auch immer noch so da sein. Aber, wie wir halt jetzt live erfahren haben, hat der Herr Killing auch noch eine andere Seite. Und es kann sein, dass da manche Leute mit klarkommen. Das ist doch völlig okay. Es gibt aber auch andere Leute, und das bin ich, und das sind auch der größte Teil der 7-Words-Wide-Teilnehmer, die mit solchem Verhalten nicht klarkommen. Und im Endeffekt ist es mein Projekt, meine Serie. Natürlich habe ich mittlerweile da ordentlich ein Team drum. Ich habe Unterstützung, ich bin viel mehr Teilnehmer. Aber trotzdem geht es darum, dass sich alle Teilnehmer respektvoll verhalten, dass sich auch jeder Teilnehmer wohlfühlt. So, um das erstmal grundlegend zu sagen. Also, noch haben wir noch nichts Explizites gehört. Wir haben nur eine harte Ansage gehört und die Tatsache, dass es da deutlich mehr gegeben haben soll, als von dem Anwalt besprochen. Ich werde auch nach der ganzen Geschichte übrigens auf Kommentare eingehen, beziehungsweise auf Fragen. Wir werden danach eine kleine Fragerunde machen, falls Sachen offen sind. Könnt ihr gerne fragen. Thema Kommentare, wie ihr das alles findet und bla bla bla. Seid mir nicht böse, könnt ihr aber auch für euch behalten. Ich bin nur dafür da, um hier einmal meine Meinung zu sagen und ein Statement rauszuhauen, damit das draußen ist. Wie gesagt, Fragerunde machen wir gleich. Also, wir fangen mal mit einer Situation an, die sich vor der Tankstellen-Situation ergeben hat. Und zwar waren wir auf der Fähre, auf der Fähre nach Vancouver Island und auf dieser Fähre hatten, zwei Situationen gab es. Auf dieser Fähre gab es zwei Situationen. Wir waren im Wartebereich, haben uns alle nett unterhalten, alle Teilnehmer saßen auf so Bängen und der Herr Killing hat angefangen, über Bären und Verhalten Sachen zu erzählen. Ja, weil er von den Bären fast getötet wurde. Knossi und Sascha haben sehr viel nachgefragt, wir waren im regen Austausch, es war super spannend. Alle Teilnehmer haben sich so eine Traube rumversammelt und er hat viele spannende Sachen erzählt. Nicht interessiert, erzählt. Ohne Frage, es war eine sehr, sehr coole Situation, es war wie so ein kleiner privater Vortrag, alle waren ganz gespannt und gelauscht und er war halt in seinem Vortragsmodus, erzählte so und dann kam eine Dame aus der Orga, also vom Seven-Birds-Wild-Team, stellte sich quasi neben Andreas Kieling, wartete mehrere Sekunden, wenn nicht sogar irgendwie auch Minuten, bis sich eine Redepause ergeben hat von Herrn Kieling um dann der Gruppe kurz zu sagen, rein organisatorisch, dass... Oh Gott, mir schwant Böses, Digga. ... jetzt bitte alle in so einen Bereich am Oberdeck kommen müssen, weil wir da ein wichtiges Sicherheitsbriefing machen müssen für die erste Hilfesets. So, als diese Dame der Orga das ausgesporen hat, drehte der Herr Kieling sich zu dieser Dame und machte folgendes. Psst, jetzt rede ich. Und das war für mich das erste Anzeichen für ein absolut respektloses Verhalten, weil niemand wird irgendwie angepscht und keiner aus dem Team aus der Orga wird irgendeine komische Ansage gemacht im Sinne von, ne, Mäuschen, sei mal ruhig, jetzt rede ich. Ist eine Sache, wo man sagen kann, komm, ja, weiß. Unangenehm. Jetzt nicht die feine englische Art, muss man so nicht machen, egal, schluck mal runter. Aber ich möchte, dass er generell das Verhalten hinter diesem Menschen versteht. Weil wir reden nicht von einer Situation und ich glaube, Herr Kieling ist sich nicht darüber bewusst, dass er denkt wahrscheinlich, wir reden von einer Situation, von einem körperlichen Übergriff, auf den ich noch eingehen werde, aber darum geht es nicht. Es geht um viele, viele weitere verbale Sachen, die Meinung nach einfach ein Schnuff drüber sind. So, das war die erste Situation, ein Schnuff, die ich wahrgenommen habe, wo ich erstmal geschluckt habe und dachte so, wow, 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 okay, da ist jemand aus der Orga, wir müssen hier ein wichtiges Briefing machen, was, hör mal auf hier irgendwen an zu schn, ne. Egal, runtergeschluckt, vielleicht gerade komischer Moment gewesen. Wir gehen hoch zum Sicherheitsbriefing, wir wurden in drei Teams aufgeteilt, jeweils drei Sanitäter haben das erste Hilfeset gezeigt bekommen, ja, das erste Hilfeset ist diesmal so aufgebaut, dass es wirklich nur dafür da ist, wenn der Ernstfall kommt, seinen Teampartner zu versorgen, bis Sanitäter da sind. Das heißt, wir haben da keine Pinzette drin, keine Zeckenzange, kein Pflaster oder so eine Fakse, sondern wir haben da ein Törniki drin, also zum Stillen von arteriellen, starken Blutungen, bei Schnittverletzungen, bei offenen Brüchen, bei theoretischen Schusswunden, also dafür wird das auch angewendet, natürlich bei uns nicht der Fall. Ja, wir haben Verbandsmaterial, Druckverband, wir haben auch sowas wie, was war da drin, ein Stim, ein Pen, ist das Adaline, ich weiß nicht, für zum Beispiel eine allergische Reaktion. Ich will darauf hinaus, dieses Briefing. Klingt schon sehr wichtig tatsächlich. Ist extrem wichtig, ja, ja. Und man sollte mit dem Fokus dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Alle Teams sind da, alle machen mit, alle checken nochmal durch, Joey Kelly wird gefragt, wo sein Teampartner ist, Andreas Keeling hatte anscheinend keinen Bock auf dieses Briefing, und hat sich da lieber an der Seite auf der Fähre mit irgendwelchen Touristen unterhalten über Fotografie und Tiere. War dann so der zweite Punkt, wo ich denke, ey, weiß ich nicht. Also, wir machen uns hier Gedanken. Er nimmt das halt nicht ernst. Der sieht das, der da mit ein paar Influencern unterwegs ist, denkt sich, ja, den zeige ich mal alle, wie das geht, und dann nimmt er das halt nicht ernst. Offensichtlicher Indikator, er nimmt das halt einfach nicht ernst. Das ist so ein typisches, ich fahre schon 30 Jahre Auto, mir kannst du überhaupt nicht sagen, wie viel Mindestabstand ich zu meinem Vorderfahrzeug halten soll. Halt's mal! So, das ist das. Das ist die, das ist die Einstellung auf ein anderes Szenario übertragen in diesem Moment. Ich habe etwas, ich habe etwas genommen, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Selbstüberschätzung, so ein bisschen Eitelkeit, gibt es in vielen Situationen, in dem Fall, in dem Fachbereich von Andreas Kieling, und er hat sich halt einfach nicht etwas erklären lassen. Männer oder Personen, müssen jetzt nicht nur Männer sein, Menschen, die schon so lange in so einem Metier unterwegs sind, die sich dann nichts mehr sagen lassen, weil sie ja die Experten sind, weißt du? Großes, großes Problem. Wirst du betriebsblind tatsächlich? Wir wollen, dass alle irgendwie hier heile rauskommen. Ihr seid als Team da draußen. Es wäre schön, wenn du dir 10, 15 Minuten Zeit nimmst und dieses Sicherheitsbriefing mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Hat er nicht gemacht, er ist auch mal weggegangen, hat sich mit anderen Leuten unterhalten, hat er da keinen Bock drauf. Okay, keine Ahnung, es fanden wir jetzt nicht cool, ist für uns trotzdem natürlich noch lange kein Grund, jetzt zu sagen, ja okay, dann bleibt Zeit. Aber wieder ein weiterer Punkt, wo ich sage, muss einfach nicht sein. Dann kommen wir zur besagten Situation. Die Situation ist wie folgt und ich kann die Situation sehr gut beschreiben, weil ich Teil dieser Situation geworden bin und vielleicht gibt es auch noch andere Teilnehmer, die dazu was sagen möchten. Das fühlt mich völlig fein. Ich werde einfach nur meine Wahrnehmung schildern. Die Situation ist folgende. Wir stehen draußen vorm Bus, es gibt verschiedene Grüppchen, die einen unterhalten sich da, ein paar stehen da, wie auf so einem Schulhof kann man sich das vorstellen. Und ich stehe quasi mit Andreas Kieling zu meiner Linken und mit Hanna zu meiner Rechten. Wir stehen da zu dritt und unterhalten uns so. Ganz nett, ganz entspannt. Und ich bin mit so einer Konversation mit Andreas Kieling über das Thema Sport und dies und das. Dann habe ich erzählt, dass ich gerade Boxen mache und habe gesagt, ja, er hat auch viel Boxen gemacht, Kampfsport und so weiter, haben uns darüber unterhalten und dies und das. Und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, wir sind zum Thema Musik gekommen. War eine ganz normale, nette Unterhaltung. Hanna auch mit dabei, hat Hanna was erzählt, jeder hat sich Fragen gestellt, wie man halt so ein bisschen quatscht. So. Und dann meinte er plötzlich, ich weiß nicht, weil wir vielleicht aufs Thema Musik gekommen sind oder sowas, meinte er so, ja, lass doch mal ein bisschen tanzen. Wir haben es irgendwann, ich, keine Ahnung, welche, welche Uhrzeit es war. Ich glaube, lass mich überlegen, wir sind mit der Ferie rüber, boop, boop, boop. Es war Nachmittag, Nachmittag. Keine Ahnung, irgendwann Mittags, Nachmittags. So, ich war jetzt nicht in der Stimmung irgendwie da jetzt zu tanzen. Das klingt vollkommen random. Der Herr Kieling, das ist ja auch okay, hatte da Lust zu, nahm sein Handy und suchte nach Songs, machte dann einen Song an, der ihm gefallen hat, drückte mir sein Handy in die Hand, aber nicht so im Sinne von Halt mal, sondern im Sinne so und wenn du es nicht nimmst, dann fällt es runter. Ich nehme also dieses Handy in der Hand, denke so, okay, was ist jetzt los? Und er meinte so, ja, ja, du machst quasi so einen DJ, mach Musik, mach ein bisschen lauter, mach ein bisschen lauter. Ich denke mir schon so, okay, wow. Und dann fing er an zu tanzen. Ich denke mir schon so, ja, gut, okay. Das muss der Bärenangriff sein, der muss sich, der muss eine schwere Infektion seines irgendwas haben, des Cringe-Lappens. So, wenn du den Cringe-Lappen nicht unter Kontrolle hast, dann machst du nur noch Dinge, die vollkommen weird sind, ne? Ist jetzt nicht meins, finde ich auch ein bisschen komisch, aber ist ja egal. Wenn er jetzt fühlt und meint so ein bisschen zu tanzen, dann kann er das ja machen. darum geht es ja gar nicht. Und dann fing er an, Hannah zu fragen, ob sie mit ihm tanzen möchte. Und Hannah sagte so, nein, ne, möchte ich nicht. Und er kam wieder und meinte so, Hannah, tanzt doch mal. Und redete so auf sie ein und redete nochmal. Und bei dem dritten Mal nachfragen dachte ich mir schon so, jetzt wird es irgendwie ein bisschen penetrant. Oh, nee, Alter. Jetzt wird es irgendwie ein bisschen ungemütlich. Und dann kam halt Aussagen wie, jetzt komm doch mal, und hab dich doch nicht so. Ich nicht so. Oh, Gott. Dann kam der nächste Punkt, nachdem Hannah quasi schon angefangen hat, mit ihrer Körpersprache ihre Hände vor sich zu nehmen und sich so wegzudrehen, dass er dann quasi nach ihr gegriffen hat. Okay, jetzt, und dann kommt der erste Rounders-Gick. Dann sitzt Fritz Meinecke. Fritz Meinecke ist in dem Moment, wo Andreas Kieling schon mit dem ersten rechten Arm nach irgendwen greift, ist er schon in der Luft, anderthalb Meter, mit einem angezimmerten Roundhouse-Kick auf den Nackenbereich von Andreas Kieling, schon in der Luft, in so einer perfekten Ausführung, weißt du, so vollkommen perfekte Ausführung. Machst du diesen, zack. Nach dem Motto, Handgelenk oder Unterarm, komm doch mal, lass doch mal tanzen so. Wo ich schon sage, okay, Hannah hat dir jetzt drei, vier Mal symbolisiert, dass sie nicht mit dir tanzen möchte. Dass du sie jetzt irgendwie da noch am Handgelenk anfasst und da sie quasi körperlich irgendwie zu diesem Tanz überreden willst, finde ich kritisch und der gesunde Menschenverstand zeigt mir in der Beobachtung, dass Hannah sich unwohl fühlt. So, true. Jetzt meine Position. Ich stehe zwischen diesen beiden, merke, dass die Situation ergibt, hab das Handy in der Hand mit der Musik und denke mir so, okay, pass auf, was machst du jetzt am cleversten? Wie reagiere ich in der Situation? Variante A, ich mache dem Kieling eine Ansage. Ja. Ist das vielleicht ein bisschen zu heftig? Keine Ahnung. Will man jetzt einen Streit haben? Hm, weiß nicht. Habe ich mich zurückerinnert, wie ist das, wenn man jetzt vielleicht damals so irgendwie feiern war und es kam so eine Situation. Da kam mir die Idee, pass auf, ich mache einfach folgendes und diese Idee ist in Sekunden quasi in mir gekommen. Ich habe Affe gerufen und habe zu ihr gesagt, Affe, komm mal her, komm mal her, Hannah braucht Hilfe. Das heißt, mein Plan dahinter war, Affe kommt jetzt zu Hannah, ich sage, sie braucht Hilfe, nimmt sich Hannah, die Mädels ziehen ab, wupp, 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 Distanz schaffen, Konflikt trennen und ich kümmere mich um den Kieling, quatsche ein bisschen mit ihm, so, halt da sein Handy, kann er tanzen und lenke ihn ab. Das war meine Idee. Oh no. Oh no. Und der Kieling hat gedacht, ja, meine gut mit so einer andere. Oh Gott, das ist das unangenehm. Und das Ganze einfach zu deeskalieren. Dann ergab sich folgende Situation, dass ich, dass Hannah quasi in diese, diese Dreiergesprächsgruppe da reinkam, Herr Kieling noch am Tanzen, ähm, quasi dann vor, äh, vor, ähm, Andreas Stand, Andreas Kieling und er dann anfing, so zu ihr zu machen und sie schon so, äh, hm, keine Ahnung, was ist jetzt hier los? Und ich schaff mir schon so, nee, du sollst Hannah wegnehmen. So, ne? Ähm, aber sie hat natürlich die Situation nicht mitbekommen und wusste auch nicht. Hatte zwar gesagt, kannst du bitte, hier, komm mal bitte her, hilf mal Hannah. So, dann ist sie kurz ein Stück weggegangen und, ähm, klinge weiter am Tanzen und dann kam sie aber, Was ist denn mit dem Kieling, Alter? Der gibt Leuten sein Handy in die Hand? Das ist ja, das ist ja absolut komisch. Er war plötzlich ein paar Sekunden später wieder und hat sich dann auf den Tanz, ähm, von Andreas Kieling eingelassen, ne? Und soweit ich mich erinnere, ne, das ist das, was ich jetzt wahrnehme, was ich in meiner Erinnerung habe, sah der Tanz dann wie folgt aus, war auch am Lachen, war auch alles gut, die Situation war ja auch irgendwie ein bisschen lustig, so, ne? War der Tanz, das, ähm, ich kenne mich nicht aus mit Tanzen, seid mir nicht böse, ne? Keine Ahnung, ob das jetzt eine spezielle Art ist. Aber normal, ne, wenn man jetzt so, boah, wie sagt man das? Keine Ahnung. Klassischer Tanz? Also so richtig mit anpacken? Uh. Ja, wenn man halt so richtig tanzt, wie man halt auf einer Hochzeit tanzt. Okay, gut. Ja, okay. Keine Ahnung. Dann nimmt man ja quasi eine Hand so nach vorne, so, bupp, Frau, Mann, so, und dann nimmt man ja quasi die andere Hand so hinten an den Rücken, glaube ich, ne? An unteren Rücken packt man die so rum und dann tanzt man irgendwie so. Ich kenne mich nicht aus, Leute, ich kenne mich auch auslachen. Keine Ahnung, ich habe so noch nie getanzt in meinem Leben. So, ne? So, die Situation gab quasi, er nahm nicht. Ich habe so schon mal tanzen müssen mit meiner Musiklehrerin damals, die das der Klasse zeigen wollte und das war mega unangenehm. Hand drückte, drückte, Drückte Anna dann, äh, Affe dann an sich ran und ungelogen nicht mal eine, nicht mal eine Sekunde später, als diese Situation Hand gegriffen, unterer Rücken an sich ranziehen kam, passierte folgendes, die Hand wanderte innerhalb von Millisekunden komplett an den Arsch und dann wurde der hier gemacht. Aber volle Kanne, als gäbe es kein Morgen mehr. What the fuck? Und ich sage euch, in diesem Moment war für alle Beteiligten, die das gerade gesehen haben, äh, ein absoluter Schockzustand, weil ich mir so dachte, also, wow, 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 Moment, wir sind hier tagsüber auf irgendeinem Parkplatz, äh, und, äh, ja, sie willigt dem Tanz ein, im Sinne von, ne, hier mal so ein bisschen, haha, kicher, kicher, man muss sozusagen, Affe ist auch ein super aufgeschlossene, äh, lustiges Mädchen, Frau, wie auch immer, ähm, ne, die macht jeden Spaß auch mit, aber quasi, instant an den Arsch ranzugehen, sich diesen Arsch zu, wir reden nicht, ganz wichtig, wir reden nicht davon, dass die Hand so ein bisschen leicht runtergerutscht ist, sondern da wurde, da wurde richtig schön zugelangt, sag ich mal. Oh mein Gott, Alter. Da wurde richtig feinst zugelangt, gepackt, gedrückt, da wurde auch mal ein bisschen noch die Hüfte gekreist, wo du schon sagst, gar nicht geil, fahr dich mal runter, und das führt natürlich auch dazu, dass wenige Sekunden später, ähm, Affe diese Verbindung auflöste und sofort weggegangen ist. So spätestens da hätte man ja eigentlich, meiner Meinung nach, mit gesundem Menschenverstand merken müssen, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Spätestens da? Bruder, abhängig von den lokalen Gesetzen und ich würde mal sagen, wenn die Situation in Spanien entstanden wäre, mit den heftigsten Gesetzen bezüglich der Vergewaltigung und Missbrauch, die es so gibt in Europa, dann würde Kieling in verfügter Haft sitzen. Just saying. Vielleicht, keine Ahnung, frage ich mal nach. Ich weiß es nicht, wie es in Kanada ist, Alter. Ach, oder ob das, so weiß ich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man überhaupt in diesen Zustand kommt, ne, und ich möchte dazu sagen, wenn man in einem Club ist und sich ein bisschen kennenlernt und was trinkt und dann wird ein bisschen rumgeflirtet und dann probiert man mal ein bisschen so und bla, dann ist das auch eine andere Situation und ja, keine Ahnung, aber in dieser Situation, das war einfach völlig drüber, es war, also man hat gemerkt, und da war ich auch kurzzeitig dabei, einfach Leute auch so weggedreht haben, aber nicht aus, aus dem Grund im Sinne von so, ja, macht mal euer Ding, sondern einfach so, holy shit, unangenehm, cringe des Todes, was passiert hier gerade? So, im Nachhinein, ähm, hab ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, hättest du in der Sekunde eingreifen müssen, hätte ich in der Sekunde körperlich ihm gegenüber wären müssen, hätte ich diese Verbindung lösen müssen, sag ich euch ganz ehrlich, hab ich nicht? Die Antwort ist ja. Weil ich ja nicht weiß, ist das okay für die beiden, ist das nicht okay, ich will mich da ja auch nicht einmischen und so weiter, aber wie gesagt, das waren eh, das war, es ging viel zu schnell alles, ja, ich glaube, die ehrliche Antwort ist ja, ich kann aber vollkommen nachvollziehen, dass alle Beteiligten, die in diesem Szenario weder mit sowas gerechnet haben, noch sowas, also am Mittagnachmittag auf einer Tankstelle auf dem Weg zu einem Outdoor-Event so eine Situation zu erleben, ist für mich auch nachvollziehbar, dass man dann nicht weiß, was man tun soll, also ich wüsste auch nicht, how the fuck, hat der Kieling, ist der Kieling nicht verheiratet, Alter? Ich hatte doch letztens was gelesen, der ist doch, der ist doch in, der ist doch, der ist doch ein Ehemann, der fuck ist mit ihm, ich meine, hä? Das waren ein paar Sekunden, wo das passiert ist und einfach die Verbindung gelöst hat, so. Ähm, es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Getrennt, glaube ich, okay, dann never mind, aber will ich jetzt auch nicht, aber ich, der 66 Jahre alt oder so, der ist, Alter, okay, ich will es gar nicht zum Thema machen, let's go, so, ja, das war jetzt quasi so diese körperliche Situation, wo man ganz klar gemerkt hat, ey, das war einfach, das war einfach zu viel, das war einfach drüber, aber er realisiert das überhaupt gar nicht, er nimmt das überhaupt gar nicht wahr und ich habe tatsächlich dann, auch in dieser Zeit, wie, wie er sich verhalten hat, einfach leider einen sehr egoistischen, einen sehr narzisstischen Menschen gesehen, der sein Verhalten überhaupt nicht reflektiert, der gewisse Sachen überhaupt nicht wahrnimmt und der für meinen Geschmack auch in einer kompletten Parallelwelt lebt, was diese Sachen angeht. Vielleicht hat er da ein anderes Empfinden, vielleicht hat er eine andere Schmerztoleranzgrenze und meint so, jetzt habt euch doch nicht alles so, seid aber ein bisschen aufgeschlossen und glaub mir, ich bin ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch, aber für mich gibt es eine Regel bei all diesen Sachen, bei allen Scherzen, bei allem Hin und Her, bei allem Flirten Flirten und keine Ahnung, auch wenn man mal über pikante Themen spricht und zwar, dass sich alle Leute wohlfühlen. Wenn das für beide fein ist, sollen die machen, was sie wollen. Aber wenn ich Anzeichen merke, körperliche Anzeichen, Arme verschränken, wegdrehen, Fragen ausweichen, dann muss ich doch irgendwann mal realisieren, dass das vielleicht nicht ganz so passend ist. So. Also. Was ist denn dann passiert? Genau, das heißt, ihr könnt eure ganzen Spekulationen schon mal weglassen, könnt ihr euch weiter spekulieren, macht ihr eh, aber jetzt geht es noch weiter. Ich möchte sagen, jetzt möchte ich dazu sagen, die Sachen, die jetzt kommen, die ich jetzt erzählen werde, dort geht es um gewisse Situationen, Gespräche, die stattgefunden haben, die ich so von Hanna, von Affe und noch diversen anderen Leuten mitbekommen, erzählt bekommen habe, die sich auch alle gegenseitig bestätigt haben. Allerdings werde die Sachen, die ich jetzt sage, die habe ich nicht persönlich gehört. Ich werde das trotzdem quasi jetzt hier einmal sagen, was dazu mir gesagt worden ist, weil das halt auch mehrere Leute bestätigt haben, die auch unabhängig das voneinander gesagt haben. Aber ich möchte betonen, dass das, was jetzt kommt, ich quasi nicht bekommen habe. Das, was davor alles war, was ich bisher erzählt habe, habe ich alles mit meinen eigenen Augen, mit meinen eigenen Ohren gehört und gesehen. So. Wie gesagt, es ging nicht um die Situation, es ging noch um viele andere. Es gab die Situation, dass Andreas Kieling Anna denn gefragt hat, ob sie denn in ihren schweren Körper, in ihren schweren Motorradstiefeln ganz schwitzige, nasse Füße hätte. Und ob die auch riechen würden. Sowas zum Beispiel. Das ist passiert. Es gab die Situation, dass sich Andreas Kieling mehrere Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde lang, auf Joey Kelly eingeredet hat und ihn gefragt hat, ob die Teams denn schon feststehen würden. Er würde gern lieber mit Hannah rausgehen. Oh, Bro. Oh, was? Alter. Bro. Er würde lieber 14 Tage draußen mit den Mädels verbringen und die anderen noch mal ein bisschen, ne, ein bisschen was zeigen, ein bisschen was beibringen. Es gab die Situation, dass er einfach gefragt hat, ob sie denn einen Freund hätte. Und wie sie zum Thema Rauchen, dann ging es glaube ich um das Thema Rauchen und da hatte er dann wohl gesagt, naja, für eine neue Freundin würde erst Rauchen noch aufhören. Dann gab es Situationen, wo er im Bus gesagt hat, zu Joey Kelly, lautstark, das haben viele Leute mitbekommen, ja, ja, so sind die, so sind die Frauen, erst große F*** haben und dann den Schwanz einziehen. So. Es kann sein, dass, ich bin da kurz mal überlegen, war noch mehr. Achso, ja, es ging dann noch um gewisse Hosen, die wirklich sehr, sehr schön und knapp aussehen und ja, das sieht ja alles wirklich, oh mein Gott, what the F***. Ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung es geht, ihr wisst es, worauf ich hinaus will und dann gab es die Situation und das auch vollkommen zu Recht, dass nach diesen ganzen Sachen Affe und Hanna geschlossen zu uns gekommen sind, zur Orga und gesagt haben, sie möchten Andreas Kieling nicht mehr sehen in diesem Projekt. Sie möchten, dass das irgendwie getrennt ist, der soll sein Ding machen, sie machen ihr Ding aber sie möchten nicht mehr Kontakt mit diesen Menschen haben und den irgendwie quasi sehen. Ja, dann haben wir mehrere Gespräche geführt mit den Mädels, auch mit Leuten, die quasi was gesehen haben. Ich habe mit den Leuten gesprochen, ich habe mit den Mädels gesprochen, wir haben mit der Orga gesprochen und wir haben für uns und das ist auch ganz wichtig, wir, und da war ich auch mit involviert, als Seven vs. White Orga Team haben uns dazu entschlossen, Andreas Kieling aus dem Projekt zu schmeißen. Es waren nicht die Mädels, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, also entweder ihr schmeißt den raus oder wir gehen, ihr schmeißt den raus oder wir gehen in die Öffentlichkeit, das ist nicht passiert. Sondern sie haben gesagt, sie fühlen sich extrem unwohl. Oh mein Gott, Alter. Ja, sie fühlen sich bedrängt, mehrfach bedrängt, körperlich und verbal und es hört quasi nicht auf und sie möchten, dass das irgendwie separiert wird. Und wir haben uns dazu entschlossen und da stehe ich zu 100% dahinter, dass wir so ein Verhalten nicht tolerieren in unserem Projekt. Ganz einfach. Und es geht dabei, wie gesagt, nicht um eine Situation, sondern es geht um viele Situationen. Ich habe die ganzen Beispiele jetzt genannt. Das kann auch gern, also ihr könnt Meinung haben, wie ihr wollt. Es ist mir tatsächlich auch echt egal. So, das ist nicht böse euch gegenüber gemeint, aber ich möchte euch nochmal deutlich sagen, das ist ja keine Diskussionsgrundlage, sondern ich möchte euch meine Meinung sagen und meine Meinung ist in Stein gemeißelt, dass ich und wir sowas nicht tolerieren und die Leute, die mich kennen und die mich verfolgen, wissen, dass ich ein Typ bin, der gern auch mal den einen oder anderen Spruch bringt, der bei vielen Leuten vielleicht auch nicht so ankommt. Ich wollte gerade sagen, also man muss in diesem Zusammenhang und das kann man in dem Kontext durchaus mal sagen, man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass Fritz sich durchaus den einen oder anderen Lachs in der Vergangenheit geleistet hat und das nicht unumstritten war und da teilweise erhebliche Diskussionen durch das Internet gezogen sind mit Kontroversen, dies, das, ananas. Also wirklich, wirklich, wirklich krass. Wirklich krass. Das soll jetzt gar nicht als Angriff deklariert sein. Ich glaube, das können wir einfach feststellen, er stellt es ja auch fest. Aber in diesem Zusammenhang ist die Schlussfolgerung, jemand, der solche Kontroversen hervorruft und sich dann so positioniert, da muss schon, also da ist mir einfach klar, mir persönlich, ihr könnt das ja anders sehen oder ihr könnt das ja anders einschätzen, zumindest ist mir persönlich dann klar, wie heftig diese Verfehlung sein sollten. Also was muss passieren, damit Fritz Meinecke sagt, Bruder, mit dem Kieling will ich nichts zu tun haben. Weißt du? Also das ist schon eine extreme, das ist schon eine extreme, also ich muss nicht, es heißt nicht, dass es so extrem werden muss, aber es muss auf jeden Fall schon eine Basis haben, die für ihn eindeutig feststellt, oh Gott, Alter, mit dem willst du nichts zu tun haben. Schon krass. Ja, der vielleicht auch mal über der Gürtellinie ist. Der vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm ist. Aber die Leute, die mich persönlich und privat... Ich feiere ihn wegen seinen Verpeilungen. Also es gibt sicherlich eine Menge Gründe, Fritz Meinecke cool zu finden und ich glaube, einer der Hauptgründe ist, weil er ein unterhaltsamer Content-Creator im Outdoors-Bereich ist. Aber Fritz Meinecke gut zu finden wegen seinen Verfehlungen oder weil er so verpeilt, weil er diese Fehler gemacht hat, zeigt, dass du ein Werker bist. Ich sage es einfach mal für alle repräsentativ, für alle Leute, die das gerade lesen mussten, was du geschrieben hast. Jemanden zu feiern, weil er Fehler macht, also wegen den Fehlern, was du ja hier zum Ausdruck bringst, ist ein ziemlich bescheidener Perk. Jemanden zu feiern, weil der unterhaltsam ist, cool, aber das sozusagen zeigt so ein bisschen, du solltest vielleicht ein bisschen weniger Eier essen, Digga. Weniger Eier essen und so ein Scheiß. Das ist nicht cool. Ganz und gar nicht. Ich bin gerade kein Wissen, dass wenn ich merke, dass ich mit einem Spruch drüber bin oder mit einem Verhalten drüber sein sollte, dann bin ich der Erste, der sich dafür entschuldigt, der das reflektiert und er sagt, okay, war an der Nummer vielleicht ein bisschen drüber. So, das ist meine Meinung dazu. Aber das war einfach eklig, sage ich euch ganz ehrlich. Und die Nummer jetzt über einen Anwalt in der Öffentlichkeit so darzustellen, nee, lasse ich nicht zu. Es kann sein, dass ich dadurch jetzt rechtliche Konsequenzen habe, keine Ahnung, vielleicht kriege ich jetzt einen Brief vom Anwalt. Vielleicht wird das Ganze dann vor Gericht gehen, weil er jetzt meint, irgendwie mich dafür ranzukriegen. Sag ich euch ganz ehrlich, ist mir egal. Wichtiger ist mir, dass die Wahrheit damit einmal komplett gestreut ist, dass ihr euch alle anhören könnt und das aus erster Hand und dass vor allem so ein Verhalten generell nicht geduldet wird und dass auch die Mädels einfach geschützt werden. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist mir auch wichtig, weil die sind meiner Meinung nach da ganz klar auf der richtigen Seite. Okay, das ist mein Statement dazu. Ich würde sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt. Ganz wichtig, keine Meinung jetzt, keine Meinung, wenn Sachen offen sind, weil ihr sagt, ja, ja, okay, aber was ist so und so oder wenn einfach Bedenken eurerseits sind, weil irgendwas doch ein bisschen komisch an der Geschichte klingt, dann, genau, könnt ihr das gerne hier reinbringen. Was mich am meisten interessiert und ich streue die Frage mal von mir aus, denn das ist ja das, was Affe mit Bike oder Affe, dieser, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, sehr viele Namen wurden gesagt, aber Affe auf Social Media entgegenwegt von einschlägigen Accounts und Sachen, die ihn konfrontiert wird. Was ihr im Contra entgegensteht, ist ja die Tatsache, dass man sagt, ja, diese Woken Linken und dieses Gutmenschentum und bla bla, wieder die Feministen. Wie findet denn Fritz das, wenn das ihr jetzt vorgeworfen wird? Weil ich kann mich an einen Post erinnern, der eine Weile zurückliegt, wo er im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Influencer zum Besten gegeben hat, dass wenn er sagen würde, was er denken würde, dieses ganze Gutmenschentum und so, dass ihm das gar nicht so gefällt. Also, wie sieht Fritz diese Konfrontation, da sind ja, da kommt ja eine Zielgruppe, da kommt ja jetzt eine Zielgruppe auf die Frau zu, die rhetorisch aus dem rechten Nähkästchen plaudert, plaudert eigentlich und die sich Argumentationen bedient, die ich in diesem Zusammenhang unter Umständen schon mal gehört habe und jetzt sieht er jemanden, dessen seiner Ansicht nach, und das ist ja nur das, seiner Beschreibung nach gerechtfertigten Vorwürfe äußert und jetzt kommen diese Leute und stellen das in Frage, stellen das in Frage mit Feminismus, ach, die soll sich nicht so haben, wie fühlt man sich da, wenn man das liest? Das ist die Frage, die ich habe, weil das in diesen ganzen rhetorischen Umgängen mit Kritik und Konfrontation auch in der Vergangenheit auch gerne mal ausgepackt wurde, das interessiert mich. War er alkoholisiert? Nein. Er war, also meiner Meinung nach nicht, dass ich wüsste, nein, er war nicht alkoholisiert, was er war. Er war auf starken Medikamenten, wegen seiner Handgeschichte. Allerdings Handgeschichte? Okay. Ist das für mich keine Ausrede, weil finde ich nicht, dass die zwei Sachen direkt zusammenpassen. Es gibt für mich Woke-Themen, bei denen ich diese Diskussion auch echt anstrengend finde, aber die Geschichte hier ist ja überhaupt keine Diskussionsgrundlage. So, Max, jetzt hören wir mal zu. Und genau da ist der Punkt, das ist in deiner Wahrnehmung ein verzerrtes Bild. Das hier ist nämlich für diese Spinner, die das schreiben, auch ein Woke-Thema, weil das ein rechter Kampfbegriff ist oder ein rechter Kampfbegriff geworden ist, der die Kredibilität oder die Authentizität der Person in Zweifel ziehen soll. Ich mache mal ein anderes Beispiel für dich. Vor ein paar Tagen hat sich eine 17-jährige Content-Creatorin auf Twitter, ohne einen Namen zu nennen, Phoebe, kennst du vielleicht, darüber beschwert, dass Content-Creator, und sie hat sie nicht beim Namen genannt, sexuell belästigt haben auf der Gamescom. Die Antworten darauf waren, kein Video, kein Beweis. Ja, da kannst du aber, das muss man aufpassen, was du sagst, ansonsten Selbstjustiz. Und ja, das ist ja übertrieben. So. Das Argument, was ich hier mache, ist, dieser Fall so belegt erscheint und er ist nicht belegt, solange es kein Gerichtsurteil gibt. Ich nehme mal diese, ich nehme mal diese Rhetorik an, ne? Ich nehme mal diese Rhetorik an. So. Denn das ist die, das ist das Mindset, was da in der Kommt. Das sind ja alles nur Behauptungen, gibt ja kein Gerichtsurteil, ist ja unschuldig bis, unschuldig bis schuldig, ja? What now? Ich meine, für die Leute scheint das ja, für die Leute scheint das ja hier eine eindeutige Sache zu sein, aufgrund der Beschreibung von beteiligten Personen. Aber es gibt ja kein Gerichtsurteil. Denn das ist das, was immer wieder passiert, wenn Menschen sich diesbezüglich äußern. Was willst du machen? Und das wird nicht genutzt, um zu sagen, wir müssen das Opfer schützen und wir müssen den Tegler ignorieren, sondern da wurde, das wird mit der Absicht gesagt, den Täter zu schützen oder den Tatverdächtigen konsequent zu schützen. Siehe die Rammstein-Affäre. Bei der Rhetorik rund um Unschuldsvermutung spielen die Leute in ihrem Kopf nämlich nur eine Unschuldsvermutung an. Die Unschuldsvermutung des Beschuldigten. Aber es gibt auch eine Unschuldsvermutung für das Opfer. Das Interessante an dieser, an dieser eindeutigen Sache und für mich ist das auch eine eindeutige Sache. Ey, I don't doubt it. Für mich ist das hier auch eine eindeutige Sache. Aber auch in dieser eindeutigen Sache kommen rechte Trottel und Inselspinner aus ihren Höhlen und Kellern, um mit Kampfbegriffen wie ja, die Woken, die Feministen zu protzen, um zu sagen, dass das eventuell doch nicht stattgefunden hat. Egal, wie eindeutig das ist. Sie würden es wahrscheinlich noch tun, wenn sie einen Videobeweis hätten. Und das sagt eine Menge aus über die Debatten, die wir diesbezüglich führen. Das sagt eine Menge darüber aus. Und da kann sich nicht nur jeder selbst mal reflektieren, sondern auch, und das ist die Frage dahinter, ich finde das interessant, einfach mal in den Raum zu setzen, um diesen Umgang mit diesem Thema aus gesellschaftlicher Sicht, Social-Media-Sicht, zu beleuchten. Denn das ist interessant. Ist interessant. Und das nächste Mal, wenn es kein Fritz Meineke gibt, wenn es kein Seven vs. Wild gibt, und wenn jemand sagt, hey, das ist mir passiert, und wieder der nächste Kampfbegriff auf Social Media verteilt wird, dann ist es interessant. Weil auch hier, es Leute gibt, und das passiert Affe mit Bike, tatsächlich, es gibt da mehrere Videos, es gibt Statements von ihr, das ist nicht widerlegbar. Das zeigt einfach nur, dass diese, dass es abhängig davon ist, wie das Meinungsbild der eigenen Person die Verhältnismäßigkeit des Vorfalls einschätzt. In dem Fall ist es sehr, in dem Fall ist es sehr, sehr gut, dass so viele eindeutige Aussagen kommen. Also Aussagen von Fritz in dem Fall. Also Gott sei Dank gibt es die. Medikamenten. Ja. Wegen seiner Handgeschichte. Allerdings ist es für mich keine, keine Ausrede, weil ähnlich wie Alkohol ist meine persönliche Meinung, dass das eher einen Charakter zum Vorschein bringt. ähm, der vielleicht sonst ein bisschen, ne, ein bisschen zurückgehalten ist. Die schmeißen mit Walk rum, weil viele andere mit rechts rumschmeißen das, obwohl sie nicht recht sind, genau das Gleiche. Genau. Also ich habe jetzt eine dumme Antwort erwartet, aber die ist schon zu viel für das, was ich erwartet habe, muss ich sagen. Ob das durch die Medikamente dann ein bisschen verstärkt und ausgelöst war, weiß ich nicht. Aber ich kann euch so viel sagen, es gibt Leute da draußen, warum? Erzähl mal bitte. Ich habe dir gerade ein umfangreiches Plädoyer gehalten oder einen Monolog, nenne es wie es ist, für Bekampfbegriffe und auch rechte Kampfbegriffe. Und wir müssen sagen und wir müssen das auch mal so ein bisschen definieren, dass die Richtung, aus der das angezweifelt wird, jetzt noch, zumindest das Szenario, was hier ist, wirklich aus einer Richtung kommt, die sich mit Menschen in der Regel nicht abgeben sollte. Wenn du den Begriff Woke, ich weiß, wenn du den Begriff, es ist dumm, dass ich das erklären muss, aber es gibt Leute, die brauchen diese Erklärung noch. Wenn du den Begriff Woke mal ein bisschen im Ursprung schaust und versuchst zu definieren, was es bedeutet, dann wirst du keine Antwort haben, weil keiner weiß, was es bedeutet. Alles ist Woke. Alles ist Woke. Alles ist Woke. Mich dafür einzusetzen, dass Menschen lieben können, wen sie lieben wollen, ist Woke. Ist schlecht anscheinend. Ich weiß nicht, warum das Woke, alles ist irgendwie Woke. Feminismus ist Woke. Es gibt guten Feminismus und es gibt schlechten Feminismus übrigens. Es ist ein, durch ein politisches Lager bewusst geprägter Begriff. Und dieses politisches Lager hat den Begriff, der es ursprünglich mal war, nämlich den, diese, den Bewussten, das Bewusstsein, das aufgeweckte Bewusstsein, sich bewusst im Umgang mit der Gesellschaft zu sein, in einen rechten Kampfbegriff verwandelt. Durch die Art und Weise, wie es benutzt wurde. Die Rechte, und das kann man einfach machen, indem man ganz kurz nach Amerika guckt, die rechten politischen Akteure Amerikas prägen das, was Woke heute bedeutet. Nämlich sobald etwas nicht in ihr konservatives, rechtes Normativ passt, ist es zu Woke. Es ist zu links. Es ist zu Woke. Wenn Kindergärten sich mit Aufklärung beschäftigt, ist das zu Woke. Ist das zu links. Es gibt schon eindeutige Hinweise darauf, woher das kommt und wie das benutzt wird. Wirklich. Und jetzt kann man natürlich individuell sagen, in dem Fall ist es vielleicht so zuzuordnen, in dem Fall nicht, aber zu behaupten, und darauf möchte ich jetzt zurückkommen, darauf aber zu behaupten, dass die Leute Woke benutzen, weil jemand anders das Wort rechts benutzt. Ist, ist, das ist, finde ich dumm. Finde ich wirklich dumm. Die von ähnlichen Situationen. Ich hoffe, ich konnte das kurz erklären. Also bitte sagt doch sowas nicht. ... mit ihm berichten. Ich werde nicht auf Details eingehen. Ich kann diese Aussagen natürlich nicht überprüfen. Kann ich euch auch so sagen. Aber so wie es sich anhört, ist es nicht das erste Mal, dass so Sachen vorgekommen sind. Sagen wir mal so. Wie hat Kieling auf den Rauswurf reagiert? Man muss dazu sagen, ich war nicht mit dabei. Ich war nicht vor Ort. Das hat die Orga im Hintergrund erledigt. Wir haben ihn auch separiert in ein eigenes Hotel, neuer Rückflug und so weiter. Wir haben da auch natürlich für alles gesorgt. Wir haben das Ganze umgebucht. Das hat uns ein Schweine viel Geld gekostet. Die ganzen Sachen umzubuchen, Hotel zu buchen und so weiter. Er war dann auch noch ein paar Tage da. Quasi haben wir gesamtliche Kosten auch noch für übernommen. Ja, ich verstehe. Ist gut. Ist gut. Es gibt immer Probleme, Text, Schrift und Interpretation. Ist alles gut. Ich verstehe. Man könnte das Argument machen und das ist etwas, das man auch zum Ausdruck bringen kann. Was die rechten Walk nennen, ist ein undefinierter, undefinierter Kampfbegriff, der genauso missbräuchlich auch verwendet werden kann, wenn man einfach sagt, das ist rechts oder das ist rechtsextrem. Es gibt Akteure, die diese Sachen schon lange nicht mehr definieren können und das einfach benutzen, um irgendwas einzuordnen. Was genau die einordnen, ist nicht ganz klar. Das passiert übrigens in allen Gruppen. Also in allen. In einfach allen. Das ist einfach, es ist so fucking unklar. Der Begriff Walk ist aber für mich einfach, das ist omnipräsenter in diesem Zusammenhang als, ja. Im Kindergarten gehören aber auch keine sexuelle Aufklärung. Mit Sex könnte man in der ersten Klasse davon es mal im Klima warten. Herzlich willkommen, du dummes Dreckschwein. Die Tatsache, dass ich davon spreche, dass Homosexualität, Schwule und Lesben als normal in Kindergärten dargestellt wird, wird von dir natürlich in den, in was auch immer sexuelle Erklärungen verwandelt. Also für dich ganz kurz nochmal, um das ganz klar zu machen. In Kindergärten, in Schulen, in Bildungseinrichtungen muss unbedingt transportiert werden, dass es völlig egal und normal ist, mit wem oder was du dein Leben verbringst im Zusammenhang von Liebe. Also wen du liebst und wie du liebst und ob das Mann, Mann, Frau, Frau oder was auch immer ist, das muss unbedingt normalisiert werden und das muss von Anfang an gemacht werden. Kinder müssen unbedingt durch Bücher, durch Schriftstücke merken, dass niemand sie dafür verurteilt, außer Hubsöhne wie du, Entschuldigung, dass sie lieben können, wen sie lieben wollen. Und dass es keine Rolle spielt, welche Geschlecht, welche Geschlechtersituation da zugrunde liegt. Das wollte ich nur nochmal ganz kurz sagen, bevor das in irgendeiner Form hier missverständlich ausgedrückt wurde, ja? Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Dem wollte ich mich mal ganz kurz widmen. Dankeschön. Um zu sagen, ey, pass auf, wenn, dann machen wir es ordentlich. Ja, schmeißen ihn jetzt hier nicht einfach raus und sie zu, sondern da ist alles, alles geregelt worden. Ja, wie hat er reagiert? Ich weiß nur durch Erzählung vom Orga-Team. Im Endeffekt, ähm, hat er das nicht realisiert. Er hat es überhaupt nicht verstanden und überhaupt nicht, nicht eingesehen und glaube ich einfach, deswegen hatte ich anfangs auch gesagt, ich glaube, was das angeht, ist er so ein bisschen in einer Parallelwelt. Er hat da einfach, er kriegt das, glaube ich, gar nicht mit. Er realisiert das nicht. Für ihn ist das wahrscheinlich normal. So, und, ähm, deswegen, ja. Ich finde es schade, ich sage es euch ganz ehrlich, ich finde es richtig, richtig schade, weil ich habe mich super auf Andreas Kieling gefreut und ich finde auch jetzt noch seine Vorträge und wie er Sachen erzählt natürlich super spannend. Ohne Frage, ja. Ähm, deswegen finde ich es einfach nur schade. Kann man, kann man so nicht anders sagen. Ähm, würdest du noch mal Teilnehmer einladen, ohne sie vorher persönlich getroffen zu haben? Ja, Leute, sowas kannst du, wenn ich mich, ähm, mit anderen Leuten vorher getroffen hätte, heißt das noch lange nicht, dass man dann sowas rauskriegt. Ähm, Andreas Kieling ist eine Person in der Öffentlichkeit, der, äh, im TV aktiv ist, der Vorträge macht und so weiter, wo man sich viele Sachen sich angucken kann. Damit rechnest du ja nicht. Das kann ja immer, immer passieren. Ähm, wie ging es Joey damit? Kann ich nicht sagen, weiß ich, äh, weiß ich nicht. Kein, hab ich, hab ich nicht groß aufgemacht, äh, das Thema, sag ich euch ganz ehrlich. Ähm, da muss er auch was zu sagen. Kann ich, kann ich nichts sagen. Wie geht es ab jetzt insgesamt? Ähm, ich hab jetzt mit ihr nicht super viel Kontakt gehabt. Wir haben halt ein bisschen, äh, ganz kurz hin und her geschrieben und ich hab ihr halt gesagt, dass ich jetzt quasi das... Wer ist noch mal eingesprungen für, äh, Mr. Kieling? ...Statement dazu raushauen werde, weil er ist damit an die Öffentlichkeit gegangen über seinen Anwalt, dann werde ich das jetzt auch tun. Hab mir quasi das Go von ihr gegeben, um, äh, meine Sichtweise zu erzählen und, ähm, das hab ich jetzt hier mit... Jan Schlappen. ...getan. Okay, danke. Äh, ja, Jan, äh, hat auf jeden Fall wenige Stunden davor erst davon erfahren und war natürlich auch ein bisschen geschockt. Hat sich natürlich gefreut, dass er rein kann, aber, ja. Wie geht es dir damit? Es war ja auch, äh, für dich stressig. Ja, klar, es war super stressig und das Ganze war ein Tag, äh, vor der, vor der Aussetzung, ja. Äh, werden deshalb alle bereits gedrehten Kieling-Szenen aus der Staffel entfernt oder geblurrt? Naja, es gab ja quasi, also es war ja vorher, ne, also in der Staffel an sich ist Andreas Kieling ja gar nicht vorhanden. So. Ähm, es kann sein, dass das im Behind-the-Scenes nochmal thematisiert wird, gerade wenn es jetzt einmal nochmal so groß irgendwie durch die Öffentlichkeit geht, vielleicht, das weiß ich nicht tatsächlich. Wie hat sich der Vorfall auf seine Teilnahme ausgewirkt? Ja, die Auswirkung war, dort ist die Tür, tschüss, um es jetzt nochmal ganz kurz und knapp zu sagen. Ist der Kieling danach sofort abgereist? Nein. Er war noch, äh, war noch in Kanada. Weißt du von unerwünschten Körperkontakt? Ich weiß von dem einen Körperkontakt, wo die Hand halt sehr schnell und sehr stark an den Arten gewandert ist und, äh, sich da anscheinend sehr wohl gefühlt hat. Den habe ich live gesehen und viele andere Leute auch. Ähm, aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, in dieser ganzen Geschichte ist, ist diese Artengrafsche Aktion, meine persönliche Meinung, nur die Spitze des Eisbergs. Ja, es geht nicht nur um diese eine Situation und deswegen ist er jetzt rausgekommen. Es geht um das, was alles noch davor und danach passiert ist. Und das ist ganz wichtig. Das als Tatsächlich sollte die ein, also, ich denke, das sieht er auch so, aber auch die ein, allein die eine Situation sollte schon Grund genug sein für einen Ausschluss, denke ich. Also, so bildlich, wie das beschrieben wurde mit dem Szenario, das Fritz da gemacht hat, da sollte man schon sagen, auch diese eine Situation, da sollte niemand Zweifel haben, dass das eigentlich schon ausreicht, um den Ausschluss zu rechtfertigen. Ich finde es ein bisschen komisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass das hier verargumentiert wird, dass man sagt, ey, es ist nicht nur das, sondern es ist zusätzlich zu dem, was wir noch erlebt haben und das ist halt, man sollte, wir leben einfach in einer ganz komischen Welt, man sollte meinen, dass dieser Bericht von Betroffenen oder von Menschen, die das miterlebt haben, ausreichen sollte, um zu rechtfertigen, dass die Teilnahme nicht genehmigt ist. Ich persönlich habe das Gefühl und das ist gar nicht als Vorwurf an die Organisation gerichtet, sondern einfach nur als Gesellschaftsbild, dass ich froh bin, dass es mehr als nur diesen Vorfall gab, weil unter Umständen hätte das noch mehr Debatten ausgelöst von wegen, ja, aber ist ja gar nicht so schlimm. Rein hypothetisch. Als Gesamtheit zu sehen. Hätte die Orga auch ohne, dass die Mädels auf sie zugekommen sind, so reagiert, als, also gab es da schon vorher Gespräche. Sehr, sehr gute Frage, weil die Mädels sind ja auf die Orga zugekommen, aber man muss sagen, dass, also ich zum Beispiel vor, also ich weiß tatsächlich nicht mehr den ganz genauen Ablauf jetzt rein minütlich, wer wann auf wen zugegangen ist. Aber ich sage mal so viel, bevor ich wusste, dass die Mädels die Orga kontaktiert haben, bin ich zu den Mädels hin, weil ich das ja mitbekommen habe, habe gefragt, ey, wie geht es euch, was ist hier los, wie ist die Situation, daraufhin haben sie mir natürlich auch noch Sachen erzählt, die dann noch weiterhin passiert sind. dann bin ich mit diesen ganzen Informationen zu Max und Johannes gegangen, habe denen das auch schon mal erzählt und habe gesagt, pass auf, wir müssen auf jeden Fall mal quatschen und gucken, dass wir da irgendwie was geregelt kriegen. Also das ist ganz wichtig, die Mädels sind auf die Orga zugekommen, aber parallel haben wir auch schon die Gespräche gesucht, das ist so ein bisschen parallel hat sich das entwickelt. Also wir haben jetzt nicht einfach da die Augen zugemacht, haben gesagt, okay, okay, lass die mal machen, sondern wir haben uns da aktiv auch selber drum gekümmert. Wie war die Einordnung zeitlich zum Livestream von Knossi vor oder nach dem Stream? Ne, das war nächsten Tag erst. Der Stream mit Knossi war an einem Tag und am nächsten Tag sind wir quasi los, Richtung Zielgebiet und da sind wir halt mit der Fähre los und da ist das dann passiert. Gibt es rechtliche Schritte von eurer Seite? Von meiner Seite schon gar nicht oder Sevenverse White Seite gar nicht. So, wenn es da rechtliche Schritte geben sollte, dann wäre das wahrscheinlich eher eine Sache zwischen Ann-Kathrin und Andreas, aber das weiß ich nicht, was da wo wie, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ob das rechtlich irgendwie, weiß nicht, stecke ich nicht drin, das ist nicht meins. Wie ich das eben verstanden habe, war Kieling nicht nur an Affe interessiert, sondern auch an ein paar Damen, die anwesend waren. An Hanna, das ist das, was ich mitbekommen habe. Also Kieling, äh, sorry, Affe und Hanna. Also haben mehrere Frauen negative Erfahrungen gemacht. Ja, ja, absolut. Also, pass auf, rein negative Erfahrungen habe ich ja, wenn man es sich nochmal in Ruhe anhört, kann man es hören, war ganz klar, Affe, da war ja auch die körperliche Grabschgeschichte, Hanna war auf jeden Fall eine Bedrängungsgeschichte und so weiter und natürlich auch verbal einige Sachen und dann gab es halt mit einer Dame aus dem Orga-Team diese eine kurze Situation im Sinne von jetzt rede ich, hier sei mal ruhig so nach dem Motto. Wo ich sage, ja, wenn sowas einzeln passiert, dann ist es auch mal eine Sache, wo man sagt, ja, ist jetzt vielleicht mal ungünstig formuliert, muss es gerade nicht sein, da guckt man nochmal drüber. Aber diese Masse an Sachen und immer wieder und keine Reflektion, kein Gefühl für die Geschichte ist dann einfach ein bisschen zu viel. Wurde Kieling darauf hingewiesen, dass sein Verhalten so nicht geht oder hat man aufgrund der vielen Aussagen einfach nur richtigerweise den Ausschluss entschieden, ohne ein Gespräch mit ihm zu suchen. Das ist eine gute Frage. Wie das genau, wo, wie passiert ist? Man muss dazu sagen, dass das ja alles quasi on the go während einer Reise, kurz 5 Minuten Pause hier und so weiter entstanden ist und das Ganze hat sich extrem schnell hochgeschaukelt innerhalb von 2 Stunden, 2,5 Stunden, wo wir die meiste Zeit auch irgendwie im Bus saßen und so weiter. Das heißt, es gab quasi gar nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, Moment, lass erstmal in ein klärendes Gespräch gehen, sondern es wurde halt in dieser kurzen, doch sehr kurzen Zeit von 2,5, 3 Stunden so schnell hochgeschaukelt, dass es quasi eigentlich dann schon drüber war und wir dann entschieden haben, ja gut, wir brauchen jetzt hier kein klärendes Gespräch mehr suchen, sondern wir haben eine Entscheidung getroffen. Inwieweit Hanna und Affe da jetzt quasi ihm quasi auch entgegen irgendwelche Sachen gesagt haben, sind von Moment, jetzt stopp, jetzt sei mal ruhig und sowas, das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen, da müssen die Mädels was zu sagen, weil die Situation, die ich natürlich mitbekommen habe, das war die Tanzgeschichte und sowas, die hatte sich dann auch schnell aufgelöst, weil er dann auch weggegangen ist und hat dann mit Knossi getanzt, ganz wichtig, falls das irgendwie mal Thema sein sollte, weil er hat danach mit Knossi weiter getanzt, Knossi hat von der Situation nicht mal was mitbekommen, der war glaube ich irgendwie halb weggedreht, hat nur gemerkt, er tanzt da und dachte so, ich mach mit, also nicht, dass irgendwer denkt, dass da jetzt Knossi auch noch mit rein spielt, der hatte damit gar nichts zu tun. Ungleich, wieso kam Kieling erst später? Hat mir der Situation gar nichts zu tun, ich glaube, die hatten noch irgendwie was zu tun, deswegen ist Joey Kelly und Andreas Kieling erst einen Tag später angereist. Hat er sich entschuldigt? Soweit ich weiß, nicht nein, aber, also nur meine, meine Info stand jetzt. Ich glaube auch nicht, weil er wüsste ja nicht mal, wofür er sich entschuldigen soll. Uff! Weil es gab ja zu keinem Zeitpunkt Uff! eine Realisation, sondern, ne, das sieht man, ist euch klar, was das für ein Bild zeichnet? Der ist zwei Tage lang mit fremden Menschen und fremden Frauen unterwegs oder drei und zieht so eine Sch*** ab, ja? Alter, man kann sich, ich kann mich, du kannst dir nur, man kann sich nur dunkel vorstellen, ganz düstere Gedanken zu haben, was der wohl schon so, was der für normal hält. Also, wie das, wie es normal ist. Ach. Ach. Mein Gott. Ja, auch in dem, in den Zitaten von seinem Anwalt. Ist an Katrin einverstanden, dass die Details jetzt an die Öffentlichkeit gelangen? Ja, ich habe das mit ihr abgesprochen. Dass ich einfach das erzähle, was ich wahrgenommen gesehen habe. Affe meinte, er hätte sich entschuldigt? Keine Ahnung. Dann, wie gesagt, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich sage ja nicht, dass er sich nicht entschuldigt hat, sondern mir geht es darum, dass ich, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, aber ich will es euch auch nochmal sagen, dass ich einfach zu 100% das sage, was ich wahrgenommen gesehen oder gehört habe. Ich habe davon nichts mitbekommen. Es kann sein, müsste Affe ein Statement zu sagen, ob er sich entschuldigt hat oder nicht. Keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Das war mein Statement. Das war meine Meinung dazu. Macht daraus, was ihr möchtet. Hört euch gerne alle Seiten an. Er könnte auch gerne, der Keeling kann da auch gerne ein Statement zu machen. Habe ich gar kein Problem. Er kann auch gerne seine Wahrnehmung einmal schildern, wie er das wahrgenommen hat. Ist für mich völlig fein. Es ging nicht darum, hier jetzt irgendwen komplett in den Dreck zu ziehen, sondern es ging darum, euch einfach die Situation zu schildern und zu sagen, wie ich es erlebt habe. Das ist es. Wichtig, sich an der Stelle mit dem, mit diesen Äußerungen an die Öffentlichkeit zu wenden, besonders, weil trotz der klaren Positionierung, und ich meine, man muss ja sagen, Ann-Kathrin, Affe mit Bike, hat ja sogar geschrieben, hey, das ist geklärt, da gab es eine Entschuldigung, für mich spielt das keine Rolle mehr, Dankeschön, ist gegessen. Und trotzdem gab es eine Debatte darum. Eine Debatte, die Opfer-Täter, Täter-Opfer-Umkehr stattfinden das hat. Ei, 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 ei. Weißt du, wie man sowas nennt? Den Streisand-Effekt. Klassisch den Streisand-Effekt. Wenn der Keeling-Anwalt nicht zur Bild gegangen wäre und sich so nicht geäußert hätte, dann wäre das nicht in diesem Maße aufgeblasen worden. Das wäre wahrscheinlich innerhalb von einer, zwei Wochen vergessen worden, weil auch die Betroffene gesagt hat, hey, für mich erledigt. Absolutes Champions-League-Eigentor. Das ist wirklich, das ist wirklich ein wildes Eigentor. Sehr, sehr wild. Da hätte man glauben können, dass ein Medienanwalt, ein Medienprofi, da weiß, was er tut. Aber da hat man sich wirklich ins eigene Tor geköpft. Wortlaut, Keeling-Rechtsanwalt, es liegt in der Natur der Sache, dass es beim ausgelassenen Tanz zur körperlichen Berührung kommt. Zu keinem Zeitpunkt hat der Keeling-Frau Ben Dixon im Beisein zahlreicher anderer Teilnehmer und Mitglieder in der Produktion fest an den Po gefasst oder wie nun mehr verlautbar wird, zugelangt. How fucking, das ist so ein großer Abweg. Das ist wirklich Fallrückzieher in den eigenen Sektor. Fallrückzieher wirklich in den, wirklich im 16-Meter-Raum, wirklich Fallrückzieher. Fuß, der Torwart nimmt den Ball in die Hand und anstelle, dass er sich entscheidet, den Abschlag zu machen, Fallrückzieher in den eigenen Torraum.